Hi Stefan und John, ich würde gern euer nächstes Video gewinnen. Ich bin ein riesiger Fan von euch und ihr seid echt coole YouTuber. Macht weiter so. Herzlich willkommen bei einem neuen Vlog und danke nochmal für die netten Worte am Anfang. Ja, wir sind heute zum letzten Mal zum Filmen in diesem Jahr im Heide Park. Und Simone, schmeißen wir mal eben kurz raus. Sie muss sich nämlich jetzt ein Ticket kaufen oder sie muss was zubezahlen, denn heute ist hier im Heide Park Halloween. Und da gilt ihre Karte nicht. Kannst mal eben hier mal eine Jahreskarte rausholen? Ja, alles klar, ein bisschen spät, ne? Ja, etwas spät, aber immer noch rechtzeitig. Ja und jetzt fahren wir in Heide Park rein und genießen unseren vermutlich letzten Aufenthalt dort im Jahr 2019. Tja, ich hatte mir ja erst spät im Jahr überlegt, mir einen Saisonpass zu kaufen, aber nicht bedacht, dass ich das Halloween-Spektakel damit nicht miterleben kann. Ich habe ja jetzt letztes Mal aufgestockt als VIP-Saisonkarte und habe jetzt noch einen 9 Euro heute Tageseintritt bezahlt, um reingehen zu können und ich bin gespannt, wie es wird. Ja, wir haben die Premium-Jahreskarte und wir kommen umsonst rein, nicht wahr, John? Ja. So, irgendwas stimmt ja nicht heute. Bestes Wetter, das im Herbst, das letzte Mal, wo wir hier waren, war ja nur Regen und hier haben wir den Merlin, wir haben ja im letzten Video jemanden ausgelost, der die Magenta, diesen Sprachassistenten, der hier ist, gewonnen hat und wie durch Zufall haben wir uns verständigt und der Merlin ist heute auch hier, extra aus Sachsen angereist, ne? Bist du aus dem Heidepark? Ja, schon, aber ich habe halt nicht die Jahreskarte, äh, den Express Battle Unlimited. Und was ist deine Lieblingsbahn hier, was wärst du am liebsten? Colossus Riemann Grabe. Gute Wahl, würde ich sagen. Ja, und dann würde ich mal sagen, herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch, du hast diese Tasche hier gewonnen. Viel Spaß. Danke. Ja, bitteschön. Viel Spaß damit. Ja. Also, wir haben es vor allem noch schon ausprobiert, ob es überhaupt funktioniert. Es funktioniert bestens. Ist eine Anleitung mit drin. Ja. Kannst du das auch mit haben? Kannst du das auch mit haben? Ja. Okay. Bis jetzt ist super Wetter, aber ich habe gehört, es soll heute noch regnen. Das ist natürlich nicht so schön, aber was auch immer wieder schön ist, heute kann man wieder mal im Dunkeln schön fahren und das Feuerwerk genießen. Und naja, ich freue mich schon noch später. Heute ist ja wieder der Halloween-Tag und ja, bis jetzt haben wir noch keine Gestalten gesehen hier rumlaufen, aber ich glaube, das werden wir noch. Ja, also die haben sich ja hier echt was einfallen lassen zum Thema Halloween. Und der ganze Park ist geschmückt und auch wenn ich Dienstag schon hier, äh, Donnerstag war ich schon hier und ich habe gar nicht alles gesehen und gar nicht alles wahrgenommen, was hier so alles ist. Also Wahnsinn und auch ganz toll, dass die Mitarbeiter hier, einige sind teilweise so gut verkleidet, also dass die das auch alle mitmachen und ja, ich hoffe auch, dass die Gäste gegen Abend sich auch gut verkleidet haben, einige, weil ich möchte auch gerne so ein paar, diese Grusel-Clowns möchte ich auch unbedingt gerne mal treffen. Du hast dich ja auch so gut verkleidet, Simone, also echt, das hast du super gemacht. Ja, ne, tolle Maske heute, oder? Ein Wahnsinn, da kriegt man wirklich in Schrecken, oder? Ähm, naja, ich krieg' man auch in Schrecken, wenn ich die morgens sehe schon mit ihren nicht gemachten Haaren und so, aber jetzt kriegt man natürlich auch in Schrecken, wa? Tja, was soll man sagen, ne, diese Jugend von heute. Hey Papa, ey Papa, wir färben jetzt! Solange das Wetter noch schön ist, kann man sich hier ja schön entspannt ein kühles Getränk trinken, bei mir eine leckere Ahoy-Brause mit Himbeergeschmack und ja, ich lass es mir mal schmecken. Ja, irgendwie ist das ja ein betriebliches Gefühl, wenn man jetzt weiß, dass es wohl unser letzter Besuch im Heidepark dieses Jahr ist. Mit Glück schaffen wir noch einen weiteren. Aber es ist auch schön zu wissen, dass wir durch unsere Jahreskarte jetzt hier auch die Ruhe gefunden haben, dass man sich hier mal hinsetzen kann. Ich hab's glaube ich irgendwann schon mal erzählt, dass ich hier früher, wenn man hier ein, zwei Mal im Jahr war, wenn überhaupt, natürlich viel schaffen wollte und auch viel schaffen muss, dass man hier durch den Park gerannt ist wie ein Wahnsinniger, um möglichst viel zu fahren. Und jetzt haben wir auch mal die Zeit hier in Ruhe, wie John schon sagt, ein kühles Getränk zu kaufen. Das machen wir jetzt. Was gibt's denn bei dir Schönes? Und John hat mir einen Fused Tea mitgebracht. Schmeckt sehr gut, sehr entgeschmitten. Dann lieber ein Naturprodukt. So, auf besonderen Wunsch von Simone fahren wir jetzt in der Panoramabahn. und den Heidepark. Da ist Action vorprogrammiert. Naja, kann man mal machen, volle Fahrt. Was ich daran positiv finde, ist, dass die Bahn schon sehr alt ist und sie ist eben so alt wie der Heidepark selbst aus dem Jahr 1978. Aber sonst will ich mehr für andere Sachen inzwischen. Aber Simone hat ja auch meinen Wunsch frei. Ich muss ja auch meine Fahrten ein bisschen rausholen hier, ne? Also wir können auch noch mal, ich kann mir noch ein paar andere Sachen einfallen lassen. Wir können noch mal in den Turm gehen, ich weiß gar nicht wie der heißt. Oh ne doch. Na, sie muss ja ihren VIP-Saisonpass rausholen. Da müssen wir drunter leiden jetzt. So, wir haben es geschafft. Die Fahrt ist beendet. Simone, war es gut? Super wieder. Ja. Johnny, hat es dir auch gefallen? Ja. Das brennt da, das brennt da hinten. Ja, per Instagram kam gerade was für John von xxmichelle-xxc, was immer das heißen mag. Weißt du das? Ja. Äh, nein. Auf jeden Fall schreibt sie, hey, bin gerade auch im Heidepark und habe euch gerade eben gesehen und wollte fragen, ob John Lust hätte, mit mir eine Runde Scream zu fahren. Meine Familie möchte nicht mit mir fahren. Ja, ich fahre sehr gerne. Viel Spaß. Ja, viel Spaß. So, ein kleiner Regenschauer, wir werden jetzt die Zeit nutzen und unser Hotelzimmer beziehen, denn wir haben auch an diesem heutigen Tag vor in Soltau zu schlafen und haben wieder unser Lieblingshotel gebucht, nämlich Hotelpark Soltau. Ja, da gibt es noch eine spannende Sache. Wir haben diesmal leider kein Dreierzimmer bekommen, sondern mussten ein Doppelzimmer und ein Einzelzimmer buchen. Hallo zusammen. Ich bin Peppa Pig. Peppa Pig ist da. Und das ist mein kleiner Bruder, Schorsch. Ja. Und da müssen wir gleich nochmal auslosen, wer denn das Einzelzimmer bekommt, denn ich möchte es gerne haben. Ich möchte es gerne haben. Ich möchte mir gerne ein Zimmer mit John teilen. Das ist jetzt hier unsere Problematik, also müssen wir losen. Genau. Machen wir gleich im Auto. Im Auto angekommen, auch bei McDonalds angekommen, denn wir wollen mal eben was essen, denn wir haben keine Lust heute was im Park zu essen. Wollen wir jetzt die Zimmer auslosen. Ja. Stefan hat schon drei Lose vorbereitet und ich mische mal. John besteht darauf, dass er zuerst zieht. Ja. So. Ich möchte halt so gerne. Ich nehme jetzt einfach eins. Und? Tick, 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 tick. Spannung. Action. Ich habe ein Doppelzimmer. D. Jaaaa! Haha! Hey. Na super. Na toll. Ich wollte eigentlich mit dir ins Doppelzimmer, John. So. Auf den McDonalds. Und? Freust du dich jetzt? Ja. Also ich glaube, so lerne ich auch ein bisschen selbstständiger zu lernen. Es gab ja nur ein Käsebrötchen zum Frühstück heute um kurz nach neun und wir haben riesen Hunger. Ist das deins? Der riesen Burger. Sieht gut aus. Was hast du da bestellt? Hamburger Royal Käse. Ohne Zwiebeln. Ohne Gurkenscheiben. Ich habe eine Empfehlung von Stefan, habe ich noch nicht gegessen. Double Steak Beef. Das sieht ja wohl klassisch aus, ne? Sieht. Sollte mich satt machen. Gar nicht viel labern. Guten Hunger. Ja. Jawohl. Ohne Jungs. So. 19.20. Unser Zimmer. Ich zeig's mal. Das Doppelzimmer. Äh? Bist du jetzt im ersten Jahr oder was? Ja. So. Das hier ist, du musst es hier machen. Ach so. Dann machst du die Tür auf und nimmst die Karte wieder. Jetzt haben wir wieder was gelernt, ne? So. Gucken wir mal, ob man den Wiedererkennungswerk hat dieses Hotels. Ja. Schönes Badezimmer, muss ich sagen. Klein aber fein. Ne? Hier. Ja. Und ich raub eben die Naschi-Naschi von meinen Eltern. Die lässt du schon da liegen. Na klar. Das sind unsere. Ja. Oh. Mensch. Bademäntel. Genau. Brauchen wir ja gleich hier. Die Jungs gehen da wahrscheinlich gleich schwimmen. Und. Ja. Weil man hier liegt, hat man eine herrliche Sicht auf den Fernseher. Ja. Ja. Mehr brauchen wir auch nicht. Blick ins Grüne. Ja. Ich glaube, ich hab hier drin aber eigentlich nichts zu suchen. Ab geht's in mein Einzelzimmer. Und ja. Dann mach ich dann auch die Ruhentour. Gut. Ich weiß ja immer, wenn jemand die Tür aufmacht und zwar so. So. Mein Einzelzimmer. Da fang ich an mit dem Badezimmer. Ähm. Dusche, Waschbecken, Toilette. Kenn ich eigentlich ja schon hier. Aber ich bin so glücklich. Ähm. Dann haben wir hier mein Bett. Für mich ganz allein auch mit einer Sicht auf den Fernseher. Und auch mit meinem Bademattel. Und ja. Was habt ihr hier noch zu suchen? Isch. Isch. Hast du so ein großes Zimmer für dich alleine verdient? Ich weiß nicht. Ja. Wurde ausgelost. Und weiter geht's das Vergnügen im Heidepark. Wo gehst du jetzt hin? Ähm. Ghostbusters. Ich hör die Musik schon. Ich hab gleich wieder einen Ohrwurm. Und ich werde mich, glaub ich, gleich mit Stefan duellieren. Da hat er ein leichtes Spiel, weil ich mehr als 35.000 nicht schaffe. Na ja. Mal gucken, was ich schaffe diesmal. Ja. Wir werden mit jeweils acht Personen in einem unserer X-Fahrzeuge durch die Lagerhalle fahren. Das hier ist der Proton X-Blaster. Unsere neueste geistselige Waffe. Im Prinzip ist es ganz einfach. Ihr merkt euch eure Farbe, zielt auf den Geist und schießt. So, war wieder erfolgreich. Und was mit 111.000 hab ich gehabt? Ich hatte was mit 72.000. Und wir haben auch noch mal zwei YouTuber getroffen. Ist ja selten, dass wir auch mal einen YouTuber treffen. Äh. Wie heißt es im Kanal eben nennen? Da hat es auch einen Sinn, dass ihr hier drin seid. Äh. Ja. Philipp Scheibe. Und Zoe Aura. Genau. Und? 61.000. Äh. 55.000. Bisher. 55.000. Aber Tendenz steigend. Immerhin nicht fallend, ja. Und Simone? Was war so dein? Ich hatte 25.000 gerade. Bitte. Super, ne? Schlecht sich. Da fühlen wir uns alle groß jetzt, wenn wir das hören von Simone. Ja. So, auf geht's zu Desert Race. Ja. 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 Ich überlege schon sehr lange. den ganzen Tag. Irgendwas war morgen. Das war glaube ich nicht so was wichtiges, aber irgendwas war. Ich weiß auch nicht, was morgen war. Also, irgendwas war, ich weiß nicht. Also, ich hab's irgendwie letztens schwommen, aber keinen Grund irgendwie zu feiern oder sich zu freuen oder sowas. Nein. Nein, das nicht. Aber, na gut. Dann wissen wir auch noch, vielleicht weil Simone ja was war. Ich weiß es. Ich verrat's nicht. Schreibt es jetzt in die Kommentare. Auf die Plätze fertig. Los. Welche Kommentare? Und? Wir haben keine Kommentare. Die Kommentarfunktion ist doch gesperrt, Mann. Aber wir haben ein eigenes Kommentarsystem in der Videobeschreibung. Ja, das stimmt. So, und jetzt habt ihr lange genug gewartet. Soll ich sagen, was morgen ist? Ja! Mein Geburtstag! Ja! Hatte ich recht. Also nichts, wo man sich freuen muss oder so. War nichts Wichtiges. War nichts Wichtiges. Okay. Anderes Thema. Heidepark. Hallo! Hallo! So, inzwischen ist es nicht nur dunkel geworden, auch der Regen ist wieder da. Wunderbar. Wir sind eben mit dem Kolossus gefahren, das geht also gar nicht, der Regen tut schon richtig weh im Gesicht, oder? Naja, geht schon. Ja, und wir warten jetzt auf jeden Fall auf das Feuerwerk, das um halb neun beginnen wird. Und Achterbahnfahrten haben wir für heute erstmal eingestellt, aber jetzt hat der Regengrad wieder ein bisschen aufgehört, oder? Nee, ich glaube nicht. Aber es gibt auch Durchsagen, also man wird darauf hingewiesen, dass die Fahrt unangenehm werden könnte. Auch beim Scream kam so eine Durchsage, beim Kolossus kam die Durchsage eben auch. Es ist unangenehm, im Regen zu fahren. Ja, das stimmt. Das wissen wir aus unserer Erfahrung. So. Und jetzt geht's weiter durch den Park im Dunkeln. Genau. So. 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 in diesem Jahr. Leider. Ja, leider. Hätte ich nicht eine Saisonkarte, hätte ich heute sogar freien Eintritt als Geburtstagskind im Heide Park. Und die Jungs haben darauf bestanden, dass ich mir hier so einen Geburtstagsbutton hole. Und ja gut, dann laufe ich dann mit heute im Park rum. Ich habe heute für alle Geburtstagskinder hier unter uns, Simone hat Geburtstag. Singen wir einmal für Simone alle zusammen Happy Birthday, ja? Achtung, und jetzt! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, liebe Simone! Happy Birthday to you! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Hip hip! 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 Ja, der eine freut sich, weil er Geburtstag hat und mir so viele Leute heute zum Geburtstag nicht nur gratulieren hier im Park, dank des Schildes, sondern weil auch so viele zu meinem Geburtstag mir ein Ständchen gesungen haben. Das hatte ich noch nie. Ja, und die anderen sind sehr betrübt, weil es heute der letzte Heideparkbesuch von uns sein wird im Jahr 2019. Eigentlich wäre ja Regen angesagt heute, aber wir haben Glück gehabt, es ist nur bewegt. Ja, und es ist heute nicht so voll, es ist total angenehm und wir gehen jetzt Richtung Kolossus mal wieder und dank des Butlers brauchen wir auch nicht so lange warten. Das war echt eine super Entscheidung von Stefan, auch wenn er echt teuer war, muss ich sagen. Aber ausgenutzt haben das die Saison jetzt, ne? Genau. Oh, meinte, die Schildersleben haben Nee, das ist schon so groß. Nee, das ist auch sehr schön. Du hast fast. Ja, du hast, du hast. Du hast dich, du hast. Ich habe dich. Ja, ich hab dich. Ja, ich hab dich. So, nochmal eben kurz vor Abschluss, mein Rekord geknackt bei Ghostbusters, über 124.000 Punkte, sehr schön, so kann ich auch mit einem lachenden Auge den Heide Park verlassen. Ja, und ich glaube, das Video hat jetzt eine spezielle Länge erreicht, wo wir das Video auch mal beenden könnten. Wollen wir das noch machen? Ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr das Video liken und abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.